...infiziert, aber bereit loszulegen. Ha, das ist gut. Tut mir leid, Junge. Was tut hier leid? Das hier, im Namen all seiner Huren, Gauner und Idioten, ernenne ich dich nun zum Bürger von Villedor. Was? Du verwandelst dich gleich. Geh ins Licht, schnell! Lauf! 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 Benあります! Nooo! Siehst du, ich sag doch, die sind blitzschnell. Die Mistfächer. Warte, warte! Das war knapp. Was würdest du ohne mich tun, Pilger? Ich wollte nie ein Pilger werden. Irgendwie ist das einfach so passiert. Ich bin aus einem ganz anderen Grund durchs Land gewandert. Ich suche meine Schwester.